Kundensupport ab C-Live, ab Punkt Zocke mein Name, wie darf ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, Volker Rion mein Name, und zwar habe ich seit vorgestern Probleme mit dem Internet. Kleinen Moment, dafür müsste ich Sie zu meinem Kollegen weiterleiten, okay? Okay, alles klar. Alles klar, kleinen Moment. Yo, Kundensupport ab C-Live, Bandit Früger mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? Und zwar hatte ich mit Ihrem Kollegen schon gesprochen, es geht um meinen... Können Sie mir noch einmal kurz Ihren Namen geben? Ja, Volker Rion mein Name. Ja, Herr Rion, wie darf ich Ihnen denn helfen? Ja, und zwar habe ich Probleme mit dem Internet seit ein bis zwei Tagen. Ja, da kenne ich mich nicht so mit aus, ich müsste Sie einmal an meinen Kollegen weiterleiten, kleinen Moment. Aber da war ich doch gerade. Kundensupport ab C-Live, G.Aule mein Name, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und zwar habe ich Internetprobleme. Da sind Sie bei mir richtig. Ja, sehr gut, ich habe seit circa zwei Tagen einfach kein Internet bei mir zu Hause. Ach, sagten Sie Internet, ich habe Scarlett Johansson verstanden. Warum sollte ich das sagen? Ja, Sie sind hier in der Buchungsabteilung von Scarlett Johansson. Und warum sollte ich dafür hier anrufen? Woher soll ich das wissen? Könnten Sie mich vielleicht an jemanden weiterleiten, der dafür verantwortlich ist? Für Scarlett Johansson, da sind Sie wie gesagt hier richtig. Für das Internet. Würden Sie mir noch einmal kurz Ihren Namen verraten? Volker Rion. Jo, ich stelle Sie durch. Ich danke Ihnen. Kundensupport ab C-Live, ab Punkt Zocker mein Name, wie darf ich Ihnen helfen? Bei Ihnen war ich doch ganz am Anfang. Würden Sie mir einmal noch Ihren Namen verraten, dann kann ich Ihnen auch weiterhelfen. Volker Rion hier. Ich erinnere mich, ja. Schön. Haben Sie die Scarlett Johansson Buchung bekommen? Ja. Sehr schön, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und zwar habe ich seit zwei Tagen Probleme mit dem Internet. Okay, könnten Sie sich eventuell ein wenig konkreter ausdrücken? Ja, natürlich. Es geht nicht. Okay, würden Sie mir einmal noch Ihre Routerdaten durchgeben? Ja, der Routername ist MN3467555Nase. Okay, und was genau zeigt er an? Ja, nichts hat er angezeigt. Keine einzige Lampe läuft. Haben Sie eventuell versucht, das Gerät ein- und auszuschalten? Ja, 20 Mal insgesamt. Okay, und? Was und? Funktioniert es? Würde ich dann hier bei Ihnen anrufen? Eventuell ja, wenn Sie Scarlett Johansson buchen wollen würden. Es geht nicht. Resettet hatten Sie das Gerät ja auch schon, oder? Ja, natürlich. Ich müsste Sie sonst zur Not direkt zum Techniker durchstellen. Ja, okay. Kann ich Sie eventuell in der Zwischenzeit für unser neues Angebot All-Net-Never-Internet-Paket begeistern? Nee, dafür habe ich jetzt keinen Nerv. Sie bekommen später noch eine SMS. Wären Sie so freundlich und bewerten dieses Gespräch eventuell positiv? Lassen Sie mich bitte erst mal das Gespräch mit dem Techniker abwarten, okay? Alles klar, ich verbinde Sie. Dankeschön. Kundensupport abzieht live, Harald Intergea, mein Name. Wie soll ich Ihnen helfen? Und zwar habe ich seit Tagen Internet-Probleme. Ja, kann ich Ihren Namen haben, bitte? Volker Rion. Okay, wo liegt Ihr Problem? Ich habe seit zwei Tagen Internet-Probleme. Ja, dafür ist ein anderer Kollege zuständig, aber ich verbinde Sie fix. Kein Problem. Okay. Kundensupport abzieht live, ab Punkt Zocker, mein Name. Sie wollten Scarlett Johansson buchen? Ja, kann ich Ihren Namen haben, bitte? Ja, kann ich Ihren Namen haben, bitte?